hallo ich stehe hier und werde jetzt wieder retro keller update krass ne steht ja auch hier oben dann schon irgendwo dran was genau ist zugegeben nachdem ja die letzten beiden male alte konsolensysteme waren nämlich eine alte semi alte playstation 3 und das kam ja ganz gut an soweit räume ich jetzt was anders weg was eigentlich nicht in keller muss weil es so wenig nur ist aber passt halt ganz gut warum auch immer warum auch immer warum auch nicht so rum ja nämlich meine gameboy advance sammlung die ist tatsächlich relativ klein weil ich irgendwie mit handhelds erst sehr spät wirklich angeht also ich hatte nie ein original gameboy es war zu zeiten wo ich halt noch computer gespielt habe und gameboy war ja auch optisch jetzt nicht so der knaller ja ich weiß tetris aber ich habe tetris auf dem 64 gespielt also so richtig angefangen habe ich dann erst wie ich eh schon beruflich drin gesteckt bin mit psp und co und den gba habe ich mir mal gegönnt weil der sieht ja auch gut aus ich meine der hat ja bunt und hübsch und auch ein bisschen kompakter also richtig gutes gerät aber die meisten sachen habe ich entweder arbeitstechnisch zu spielen bekommen oder halt über andere nicht zu nennende umwege aber ich habe mir auch ein paar sachen gegönnt die ich einfach auch echt haben wollte sag ich jetzt mal und die zeige ich euch jetzt und dann traue ich mich in den keller da sind auch ein paar sachen dabei die glaube ich ich glaube kaum mit fugen recht sagen eher nicht so üblich sind bei uns gut ich greife jetzt einfach mal zu die stehen nicht im regal sondern am boden und hole mal eins drauf und erzählen ein bisschen was wie das letzte mal auch ob sinnvoll oder gehaltvoll ist das kann man streiten irgendwas wird mir schon zu allen einfallen so hier die gameball gallery advance genau das ist die beste von allen also die game and watch spiele auch da habe ich in meinem leben nur eins besessen nämlich donkey kong das klappding war cool hat mir mein cousin geschenkt aber die idee an sich war natürlich gekannt habe ich mehr weil da war ich gerade in der grundschule wie die groß waren diverse leute hatten halt solche teile sowohl original als auch die ganzen klone die es so gab coole sache aber neu kaufen oder sammeln ist ja schwierig bis teuer aber dann gibt es ja diese gameboy varianten und das hier ist die letzte glaube ich die es gab nämlich ganz täusche und die beste ich glaube wenn man alles da steht drauf sechs spiele in einem aber ich glaube unter insgesamt konnte man dann glaube ich um die 20 freischalten und ein paar also mindestens diese sechs aber ein paar mehr hatten auch die modernen varianten die halt cool aussahen also so mal wie hieß es denn alles wie peinlich parachute und co halt in in hübsch war natürlich auch einfach cool ich kann mich ich habe mir irgendwie von 3ds 1 gekauft war das das hier oder war das ein oder war das ein gameboy da gab es auch mal eins jedenfalls wie auch immer tolles ding fand ich super deswegen wollte ich es auch unbedingt haben und habe es mir gegönnt ich weiß nicht mal ob neu das sieht aus ob es neu gewesen sein könnte auf jeden fall war toll polarium advanced ein knobelspiel auch von nintendo mit schwarz weißen dingen wie war das die regeln sind einfach löse puzzeln sind einem zug ich glaube genau man musste irgendwie einfach eine linie zeichnen von abend vom start bis ziel und alle felder abdecken ich weiß dass es mir gut gefallen hat auch deswegen habe ich es mir einfach gegönnt gespielt habe ich es glaube ich sogar auch also ich glaube da habe ich die meisten dinge sogar ein bisschen gespielt zumindest man kann ja auch verschweißt es zumindest keins mehr da bin ich mir ziemlich sicher so gut da fällt mir gerade schon auf das war zurzeit wo nintendo auch schon die usk drauf hatte hier unten interessant bei game and watch noch nicht fällt mir so gerade auf obwohl es ein deutsches ist Mario vs. Donkey Kong das allererste glaube ich und wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche war das noch ein relativ echtes Donkey Kong also so quasi der legitime Nachfolge von Donkey Kong auf dem Gameboy die anderen Teile oder bin ich jetzt hier völlig schief gewickelt Moment genau man muss die Mini Mario sammeln das war's ich glaube das war noch relativ normal also fast wie Donkey Kong was halt eben geupdatet mit Sammle was und Zeug und Zeug aber nicht die späteren waren ja alle Magnobelspiele wo die Mini Mario rumgerannt sind die man dann anleiten musste war auch okay aber ich hätte besser als das original also eben Donkey Kong das Gameboy Donkey Kong mit den 100 Bonus Levels das fand ich immer super das habe ich mir auch mal für 3DS noch gekauft tatsächlich aus Gründen ne gut hier da habe ich das Castlevania Doppelpack mit Castlevania Area of Zorro und Castlevania Harmony of Dissonance ja ich glaube das habe ich tatsächlich nicht gespielt das war eine Zeit irgendwie wo ich mir gedacht habe hey klassische Castlevanias eigentlich sind es ja alle cool ich habe Symphonie of the Night habe ich auch tatsächlich durchgespielt damals das war glaube ich meine erste Praktikantenarbeit mach eine Karte also aus Screenshots ein bisschen das war ganz schön aufwendig dann war das Savegame kaputt war auch super ähm und irgendein anderes habe ich auch nochmal ein Stück weit gespielt dann habe ich mir gedacht hey ich möchte doch gerne die so richtig klassisches Castlevania nochmal spielen dann gab es die Dinge halt dann habe ich mir gedacht lohnt sich und irgendeine ist dann doch nie gespielt wie halt so oft ne äh ich glaube hier ist ein ähnlicher Fall Dr. Mario und Puzzle League Dr. Mario kennt man ja ist immer gut Puzzle League auch ganz gut aber ich glaube das habe ich auch mehr so weil es cool ist gekauft weil es gut ist gekauft nicht ich glaube ich weiß nicht Puzzle League habe ich Puzzle League habe ich glaube auf dem DS ein bisschen länger gespielt dann die Neuauflage oh Gott lang ist her jedenfalls kann man nichts falsch machen wenn ich jetzt mal irgendwo meine Gameboys wieder finden täte wäre auch gut ähm das habe ich aber sicher länger gespielt WarioWare Inc. das ist meine ich das allererste ja WarioWare fantastisch diese Mikrospielsammlung wer es gar nicht kennt sind Minispiele die ein paar Sekunden immer nur dauern mit WarioWare und seltsamen anderen Figuren äh mit Wario und seltsamen anderen Figuren tolle Sache gibt es einen Stapel Teile inzwischen die nicht alle super waren kann man so sagen glaube ich also der ich glaube der Wii oder der Wii U äh Wii U war kein richtiges WarioWare mehr der Wii Teil war gleich auch nicht so gut Gamecube Teil war glaube ich sehr gut ähm jetzt kommt ja nochmal ein neuer für 3DS was so ziemlich eines der letzten 3DS Spiele werden dürfte da freue ich mich aber sehr drauf und bin sehr hoffnungsfroh dass es ein richtig gutes WarioWare wird hoffentlich aber das war jedenfalls super das erste und einfach cool und das habe ich wirklich länger gespielt mhm da habe ich gleich noch eins WarioWare Twisted jippie ja hier oh mit lentikularem Cover und aus Amerika wie man sieht äh das war gleich zu glorreichen Zeiten wo es DVD Box Office in Kanada noch gab wo man da bestellen konnte wo die Sachen meistens zollfrei per Umschlag hier eingedrillt sind eigentlich immer glaube ich boah habe ich da viele DVDs und Spiele gekauft ähm ich bin ganz sicher ich glaube das gab es bei uns dann noch das war ja so mit einem Bewegungssensor im Modul ein Gyro Sensor wie es so schön steht und dann waren die Minispiele halt auf Bewegen ausgelegt also nicht so wie jetzt ein Motion Sensor wie es ja heutzutage bei vielen Systemen drin ist wobei bei Handhelds eigentlich doch gar nicht so oder? ähm aber das war auch also ich hab noch bin mir nicht mal ganz sicher ich glaube es war auch sehr sehr gut und hat das richtig gut gemacht es war wahrscheinlich das zweite WarioWare dann ohne es jetzt noch hundertwo zu wissen so äh was habe ich hier denn ach du Schande Mario & Luigi Superstar Saga für schlappe 20 Euro war also gebraucht ähm habe ich natürlich nie gespielt wie immer also habe ich tatsächlich nicht gespielt ich glaube ich wollte es ausprobieren weil ich das Konzept interessant finde weil es eben kein normales Mario war wo ich nicht so man mag es kaum glauben vielleicht keine Ahnung bin so Mario Hüpfspiele sind nicht so meins ist halt einfach so ne aber irgendwie ich weiß auch nicht vielleicht habe ich es noch am Schluss zur Ära gekauft ich bin mir immer sicher dann habe ich hier ein Pokémon Rubin Edition die habe ich wahrscheinlich auch wirklich nicht gespielt ich habe keinen Schimmer mehr ich habe Pokémon Rot glaube ich lang gespielt ne Weile also das erste quasi ich kann jetzt natürlich nicht sagen was Rubin was die wievielte Generation das ist da bin ich völlig außen vor aber wenn hier steht mehr als 200 Pokémon über 190 könnte die zweite Generation sein keine Ahnung ihr wisst es sicher eher als ich und äh ich mutmaße ich bin da damals war gleich noch die Zeit wo ich noch den die Energie aufgebracht hätte mich tiefer damit beschäftigen zu können wenn ich dazu gekommen wäre ich weiß nicht mehr ist auf jeden Fall ganz hübsch und auch hübsch glänzig und ja und ich finde auch wobei man da auch schon erkennt dass die Monster ich finde die neuen Monster sind aber alle so furchtbar hässlich auf dem Cover da gehts noch mal gucken ob jetzt Pokémon Let's Go wieder mehr was für mich ist es scheint ja stinksimpel zu sein für Leute die normale Pokémon zu kompliziert sind könnte ja sowas für mich sein Gucken wir mal was haben wir hier denn noch ähm Tomb Raider Tomb Raider The Prophecy das ist äh nicht der erste Handheld Spin-Off es gab auch für den Game Boy Color glaube ich ein oder zwei das ist so mehr so ein quasi von oben drauf aufschau nicht ganz isometrisch Action-Adventure und ich habe vage im Kopf dass das sogar ziemlich gut war ich mag sogar wenn ich es getestet habe ich weiß es nicht mehr ähm das war glaube ich die Ära wo Angel of Darkness war da vom Logo her und vom Look her wahrscheinlich besser wie das auf jeden Fall ähm was steht denn hier drauf das Gucken spektakulären 3Dern ja ne ok dynamisches Ziel also es hat glaube ich mit dem normalen Tomb Raider nur sehr begrenzt was zu tun weil eben nicht so klettermäßig aber war also nur begrenzt aber ich glaube das war echt gut ich habe das Gebrauch gekauft ich kann es nicht mehr sagen von Ubisoft vertrieben interessant hm was habe ich hier noch oh mir geht ein Spiel ab glaube ich ne hier also hier Yoshi's Universal Gravitation das war auch wie man sieht gebraucht und das glaube ich habe ich gekauft wegen der Besonderheit nicht weil es ein tolles Spiel ist es gibt ja Leute die behaupten das ist ganz toll diese Leute haben leider keine Ahnung das ist einfach so das war auch eins was ebenso mit mit Bewegungssensor drin das gab es also auf jeden Fall in Deutschland äh wo man glaube ich hin und her kippen musste damit Yoshi besser laufen und springen kann das ist glaube ich von den Atun Leuten die auch Blinks verbrochen haben also es war glaube ich okay aber nicht mehr wer was anderes behauptet dem kann man halt nicht helfen was soll ich sagen ähm ja mein Gott Yoshi und noch ein normales oh das ist tatsächlich noch verpackt okay habe ich gelogen ein verpacktes das ist wahrscheinlich sogar was wert ich sollte echt mal nachgucken Drilldozer für den Gameboy aus Amerika das kam bei uns nicht raus da bin ich mir ziemlich sicher wobei kam WarioWare Twisted auch nicht oder war es das hier also ich glaube WarioWare Twisted lasst mich jetzt nicht lügen ich müsste nachgucken was ich jetzt natürlich nicht tue wie immer weil nachgucken ist ja für Leute die Recherche machen mach ich nur für privat doch nicht für die Arbeit wenn es notwendig ist gut ähm da war gleich Quecksilber drin das war das Problem das war in Europa nicht erlaubt und deswegen kam es bei uns nicht das kann gut sein Drilldozer ich könnte schwören das gab es bei uns aber auch nicht ich weiß es nicht mehr das war ein Rumble mit eingebautem Rumble ein äh Spiel Action Hüpfspiel irgendwas wo man rum bohrt also ich glaube kein Mr. Driller sondern mehr ein Action Adventure oder Action Hüpfer das auch das habe ich mir mal bestellt und dann tatsächlich nie gespielt warum eigentlich aber also das könnte wirklich es sieht auch noch vom Zustand her echt gut aus muss mal fragen jemand aber ich will es ja auch gar nicht verkaufen egal das sind also meine westlichen Gameboy Advance Spiele und ganz wichtig ich habe auch noch andere und die sind sogar tatsächlich eher besonders weil auch besonders für mich ähm bevor ich die jetzt rauskram ich habe bis vor wenigen Jahren jetzt habe ich inzwischen habe ich es durchbrochen weil zu der neuen Zeit halt doch äh wenn es die Spiele im Westen nicht gibt was wir machen also wenn ich ein Dead or Life Extreme 3 kaufen will dann muss ich es halt in Asien kaufen gibt es bei uns halt nicht Hauptsache Englisch die Regel habe ich im Prinzip immer noch ihr möchtet schon verstehen was im Spiel vorkommt äh aber früher war ich da relativ strikt in also meiner Selbstbeeinschränkung Selbstfestigung hilft natürlich wenn man die Sachen ja aus arbeitstechnischem Grund teilweise trotzdem zu sehen kriegt aber besitzen wollte ich nur Sachen die in der Sprache sind die ich auch verstehe also Englisch oder Deutsch quasi und die Packung möchte ich doch gerne in Englisch oder Deutsch also auch so Sachen aus Holland importieren war auch nicht so meins ich habe ein holländisches PS4 Spiel weil der tolle Versand in Österreich aus der UK Fassung eine EU Fassung gemacht hat beim Versand und mir war es dann doch zu blöd mich da rum zu tun wo kriege ich es jetzt doch her weil äh so ein wolfiges Spiel äh äh ist ein bisschen doof wenn man da gucken muss wie man rankommt äh außerhalb von eben solchen Quellen und dann na egal jedenfalls aber eine einzige Ausnahme gibt es also in Form von sieben Spielen gleich die gab es nicht auch bei uns nicht und die waren nachdem sie quasi ohne Text waren und cool verpackt habe ich es mir doch gekauft nämlich diese hier ne die Bit Generation Spiele Bit Generation Bit Generations man möge mich nicht ich glaube Bit Generation das waren sieben minimalistische Gameboy Spiele die alle eine coole Packung hatten nämlich so so klein viereckig cool also alle haben alle diesen Look alle sieben die jetzt nachher nach noch kommen und die waren so mehr experimentell minimalistisch ein bisschen funky psychedelisch äh bunt also einfach coole Sache und dann abstrakt und sowas finde ich schon cool ich meine es ist kein Res aber es ist trotzdem cool deswegen habe ich die alle gekauft äh alle auf einen Schwung ich glaube damals bei YesAsia YesAsia gibt es schon immer noch ich habe schon unendlich lange nicht mehr bestellt ich habe eigentlich einmal in meinem Leben nur bestellt nicht die hier die gingen auch ich glaube Versand war natürlich flott und kein Zoll keine Ahnung wie es heutzutage ist ging schnell aber jedenfalls die habe ich und dafür habe ich dann auch extra aus Gaudi noch neben dem normalen Gameboy Advance den ich hatte mal einen Gameboy Micro mir gegönnt das war zu Zeiten wo man die schon fast nicht mehr so ohne weiteres bekommen hat aber ich habe nur einen zum zivilen Preis äh an Silbernen bekommen damit diese Dinger gespielt fand ich sehr cool Coloris ist irgendwie ein Farbrezel vielleicht sieht man hier ein bisschen was am Bild ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen was genau es war die waren alle relativ unkompliziert also schnell begriffen nicht unbedingt unkompliziert zu spielen aber zu begreifen und ich glaube das habe ich durchgespielt das war ein bisschen erinnert mich an Luminous vom Look her auch ist aber sicher ein ganz anderes Spiel gewesen war also cool das hier Coloris hm ein paar davon gab es in quasi Neuauflagen dann später noch für den DSI glaube ich aber nicht alle dann haben wir hier auch Sound Voyager das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel Sound Voyager ist nicht ein Spiel das hat eigentlich quasi keine Optik und das spielt man über den Sound so wie ich sag mal wie Topf schlagen ein bisschen das glänzt so sehr dass ich es schlecht abbilden das wie Topf schlagen ein bisschen wo man anhand sich annähernd der Sound näher kommt ist natürlich mit Stereo aber war Vorstöpsel sinnvoll bisschen schwieriger wie räumlich aber es war auch sehr cool also es war ein cooles Experiment aber nicht mein Lieblingsspiel davon aber sehr cool das habe ich hier Orbital Orbital kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern ich glaube das war irgendwie dass man mit seinem kleinen Pixel irgendwas um Planeten mit Anziehungskraft sich dreht in der Gravitation und dann loslassen konnte und weiter geschwungen ist glaube ich war aber sicher auch cool also die waren alle cool sie waren nicht alle gleich cool aber einen Komplettsatz zu haben das finde ich immer noch toll dass ich die habe einfach weil die sind sehr stylisch die sind mutmaßlich auch ein paar Euro wert ich müsste echt mal nachgucken aber ich will sie ja eh nicht verkaufen gut was haben wir hier DigiDrive da gibt es eine Neuauflage auf DSi da kann ich mich erinnern dran da muss man es ist quasi irgendwie so eine futuristische Kreuzung wo man die die Elemente lenken muss klingt sehr komisch war aber auch cool gemacht und halt so schwarz-weiß-rot Look der hatte was ich weiß gar nicht ob es andere Farb Schemata Schemati Schematos auch noch gab Schemen war aber auch cool also hier DigiDrive oh Dialhacks oder Dialhacks wie auch immer das ist so ein bisschen ich glaube ein bisschen Match 3 mäßig so ein bisschen Hexig mäßig gewesen da fallen Sachen rein man muss sie zusammensetzen dann verschwinden sie und so ja auch was also die hatten auch musikalisch das sind die irgendwie die spacige Soundtags glaube ich überwiegen ah Doddstream richtig Doddstream war quasi hier sieht man es schlecht Lightcycle Rennen aber also nicht Lightcycle Duelle sondern Lightcycle Rennen eine Pixellinie die gegen sieben andere Pixellinien antreten und fahren muss und das war also ein Rennspiel quasi ich fand es echt gut mir hat es gefallen auch hier wieder super stylisch einfach alles und abschließend war noch oh Gott das weiß ich nicht mehr Boundish was auch immer das genau war mal schauen war das ein Pong also das kann ich mir jetzt tatsächlich gar nicht so erinnern ich habe es ganz sicher gespielt ich habe die alle gespielt aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern also aber alles wie man sieht die sind einfach stylisch gemacht die Teile und das war es jetzt ne Moment sieben woops also insgesamt ich muss mal kurz zählen Moment sieben 8 9 10 11 12 12 13 14 15 21 21 Spiele wenn ich mir jetzt verzählt habe auf 19 Modulen naja klein aber fein könnte man sagen natürlich habe ich Gameboy Advance Spiel gab es ja gefühlt und endlich viele sicher auch ganz viele wichtige tolle mit Mario und noch mehr Mario und weiß der Henker was und die habe ich aber alle nicht also das waren die die ich halt haben wollte in dem Fall mal es war überschaubar und wie jetzt machen wir die Tradition noch voll ich bring sie jetzt in den Keller und zeige nochmal kurz wie es im Regal ausschaut auch wenn es eher ein bisschen langweilig sein wird aber wir sehen uns nach dem Umschnitt gleich wieder so und wie angekündigt jetzt hier nochmal der Blick wie es im tollen Regal ausschaut gleich neben den Wii U Spielen habe ich jetzt hier die Gameboy Advance Spiele untergebracht sieht natürlich ein bisschen wenig aus wie man sieht hier äh sind halt auch tatsächlich wenige aber macht ja nichts irgendwann werde ich sicher noch was anderes dahinter stellen können ähm die Bit Generation Spiele die sehen echt cool aus auch so von der Seite hier aber was mir aufgefallen ist jetzt beim Reinräumen europäische Gameboy Advance Packungen waren echt kacke zum ins Regal stellen das ist nämlich jetzt nicht die Seite also die haben keine Spine in der Hinsicht seitlich das ist jetzt alles oben und selbst da sind die halt bis auf halt bei Tomb Raider ist das sogar eine Seite also die Nintendo eigenen Spiele vor allem haben seitlich nämlich nur ein Artwork und irgendwelche blöden Copyright Hinweise und oben klein das Logo sieht also echt nicht schön aus die zwei amerikanische die ich habe hier Mario Kart Twisted und Drill Dozer die haben sowohl oben als auch an der Seite ein großes Logo die sehen also eigentlich ganz cool aus im Regal auch also das ist cool passt halt wobei natürlich Pappschachteln sowieso ein unschönes Ding sind irgendwo muss ich meine N64 Spiele mal rauskrammern da habe ich teilweise glaube ich noch Schachteln die weil auch gebraucht einfach für den Arsch aussehen egal also wie man sieht hier stehen die jetzt auch im Regal irgendwo muss ich mal gucken wo die Hardware dazu ist dann kann ich sie wieder mit drauf nehmen jedenfalls das war's eine neue Folge Retrokeller Update und gucken wir mal was ich bis zum nächsten Mal zusammenbringe und jetzt muss ich das iPad wieder hinlegen bevor ich es mir fast ähnlich fallen lasse und deswegen bis zum nächsten irgendwas Tschüss aus 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 Vielen Dank.